Ein VIP 5 hat ein Sniper Point Battle reingestellt, aufgemacht, verdammt, nein, 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 was soll denn der Scheiß jetzt? Alter, das ging mir jetzt gerade echt auf den Kekse, habe ich hier überhaupt keine Wahlmöglichkeiten? Da laufe ich doch lieber als Dings hier rum, als Messerstecher. Ja, aber ich habe ja auch keine Sniper im Menü liegen, klar. Ja, natürlich, das liegt daran. Das Problem ist eben, die anderen haben jetzt unter anderem Tarnanzüge, mit denen die sich hier rumschleichen. Und ich habe das zum Beispiel jetzt nicht. So, da drüben müsst ihr eigentlich... Verdammt. Nochmal da raus. Oh, ich hasse es. Hehe, Revenge. Oh, diese dämlichen Wurzeln. Wo ist der denn? Hehe, an den Armen zwar nur, aber... Knife Kill. Komm schon raus. Nein! In den Kopf. Alter Schwede. Ich weiß, wo du bist. Ich dachte, ich weiß, wo du bist. Scheiße. Fünf, ein Assist. Na geil. Ich bräuchte meine eigene, die ist zwar nicht so stark. Oder ist die stärker? Ich glaube, die ist sogar stärker. Ich mache die nächste Runde spielig mit meinem eigenen Gewehr. Da hat jemand geschossen. Oh, Mann. Ist der das nie merkt? Oder hört? Oder so? Ich weiß ja auch nicht. Normal muss man so und so ein Kram ja hören. Ähm. Wie viel spielen wir hier eigentlich? Zwo gegen zwei. Fünf, zwei, zwei. Hm. Ist ja lustig. Ich glaube, ich kriege ihn, wenn ich von hier aus... Geil. War zwar nur das Bein, aber Hauptsache... Hauptsache getroffen. Nein, daneben. Nein. Komm schon. Das ist doch total mies. Auch noch ein anderer. Na gut. Da ist eine. Huhu. Wow. Nein, jetzt hättest du mich doch mal... Ah, scheiße. Ich bin auch zu früh aus der Decke umgekommen. Was ist denn jetzt los? So. Oh, den anderen hat es auch gerade erwischt. Ähm. Oh, vier gegen drei. Das ist natürlich jetzt wieder interessant. Das ist dann eben die Sache bei VIP-Spielen. Da kommen dann immer wieder Leute dazu. Und... Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht von mir erwartet, dass ich den hinhau. Ist das krass. Kommandor erschießt aber gerade ein paar Leute. Habe ich da hingehört? Hier kann man gut auch mit Hören arbeiten. Das Problem ist eben mit den mehreren Ebenen. Da hat man dann immer ein Problem. Weil mit mehreren Ebenen... Hat man doch echt schwer nur eine Chance. Wow. Wow, wow, wow. Habe ich ihn? Jetzt wird hier gleich einer runterspringen. Nehme ich doch mal an. Hm. Oder auch nicht. Ich dachte, hier wird jetzt einer runterspringen. Okay, das ist jetzt natürlich echt eine total harte Nummer. Den habe ich direkt weggesimmelt. Moment, ich wollte eigentlich... Hier hoch. Hm. Mal sehen, ob man das so... von hier oben auch... in den Griff bekommt. Ups. Oh, Mann. Huhuhu. Hauptsache mal eine andere Waffe. Lauf, 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 lauf. Ich hätte vielleicht nachher nachladen sollen. Wieso habe ich den ja nicht erwischt? Nein. Komm schon, wir messen in den Kopf. Oder nee, an die Arme. Okay, Kopf. Ich habe den Kopf getroffen. Wie auch immer. Oh, Mann, 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 Mann. Dafür drauf hätte ich... Hätte ich mal mein Gewehr? Ah. Was will der denn? Komm, wir mal eine kleine... Was hat der für ein Problem mit Under-8? Okay, war nicht meiner. Ich hätte auch zoomen können. Scheiße. Nein! Meine... Sprich der... Ja, klar, das... Das Ding ist... Das Gewehr ist zu sehen. Das hätte ich mir denken können. Das Gewehr ist zu sehen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Okay, ich gehe hoch. Da oben habe ich wen gesehen. Vielleicht ist es einer. Vielleicht auch nicht. Zehn, drei, sechs. Okay. Also, ich muss sagen, ich... Als Sniper war ich nie so... Wirklich gut. Aber in diesen Sniper-Battles... Komm schon. Wieso? Ist das jetzt dein Ernst oder wie? Ich habe den die ganze Zeit nicht getroffen. Wieso habe ich den denn sonst? Links, rechts? Kann man da hier auch mit... Okay. Hm. So, mal sehen, ob ich hier oben noch einen finde. Vielleicht knapp... Kurz meinen Mörder oder so. Aber ich denke mal eher nicht. Hier raus auch niemanden. Und hier werde ich wahrscheinlich auch auf die Schnelle. Niemanden. Doch. Einen zum Schluss noch. Hm. 11, 3, 7. Kann man mal machen. Ja. Jetzt mal mit dem eigenen. innen.